Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 2. Januar 2023. Ja, wir haben ein neues Jahr erreicht, das wisst ihr mittlerweile alle wahrscheinlich schon zu Genüge und habt das eine oder andere Mal mitbekommen in irgendwelchen SMSen, Whatsappen und was man da überall noch so rumschicken kann. Signal Messages zum Beispiel und iMessages. Genau, ein gutes neues wünsche ich euch allen, ein gutes neues Jahr auf viele neue Geek Talk Daily Folgen mit vielen Themen, die dieses Jahr wahrscheinlich so über die Bühne gehen werden. In den nächsten Tagen wird sie starten, die CES, doch bevor es soweit ist, habe ich hier über die Weihnachten noch einiges an Themen zusammengesammelt, alles weggeschmissen und möchte euch nur einen kleinen Einblick bieten, bevor es dann in den nächsten Tagen so richtig in diese Daily Folgen wieder startet. Hoffentlich mit schöner Regelmässigkeit als im letzten Jahr, aber ihr wisst ja leider, die Gesundheit, auch die hat mir übers Weihnacht und Neujahr einen unschönen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es kommt alles anders und zweitens als man denkt. Zuerst geht es los, auch wenn die Temperaturen nicht ganz so kühl sind wie in anderen Jahren um diese Jahreszeit, habe ich euch verlinkt einen Testbericht von einem Aeno-Infrarotheizungs-Gadget. Ein cooles Gadget, wie ich finde, wer sich da ein bisschen mehr einlesen möchte und vielleicht auch den ein oder anderen Hobbyraum, ein neues Homeoffice oder was auch immer hat, dass er gezielt über gewisse Zeit aufheizen möchte. Infrarotheizungen sind für sowas sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Weiter geht es mit dem Bereich 3D-Druck. Ich habe es im pokipsi.ch-Blog angekündigt. Ja, ich wage mich wieder mal nach über vier Jahren an dieses Thema mit dem 3D-Druck. Mit was ich da rangehe, das habe ich euch auch verlinkt. Aber da findet ihr auch schon lustiges Feedback, denn anscheinend wurde der Blogpost über Google das eine oder andere Mal gefunden und da gab es auch schon böse Stimmen in meine Richtung, nicht nur die eine. Ich habe auch schon ein paar unschöne Mails bekommen. Aber ja, anscheinend ist das ein hartes Pflaster da drüben bei diesem 3D-Druckverein. Genau. Dann habe ich euch noch einen kleinen Bericht zusammengestellt, was man aus einer alten Fritzbox so alles machen kann. Denn der eine oder andere hat, das weiss ich sogar aus sicherer, verlässlicher Quelle, eine neue Fritzbox, ein neuer Router, ein neues Modem geschenkt bekommen oder sich selber geschenkt auf Weihnachten von unseren Hörenden, aber auch drüben von den Lesenden. Und deshalb habe ich mal zusammengetragen, was man mit einem älteren Modell dann so alles machen kann. Denn man sollte solche Dinge ja nie wegschmeissen. Man kann noch ein bisschen was tun. Was eben Spoiler. Dann habe ich auch die Schweizer Fintech-App gekürt. Wie schon im letzten Jahr habe ich Awards vergeben für all diejenigen, die diese Themen hier im Podcast, die ich teilweise auch mit reinnehme, interessieren. Da habe ich mal aufgelistet, wo ich da Gold und Silber verteilen möchte. Bronze gab es dieses Jahr keines. Weshalb, warum und wieso? Auch das könnt ihr nachlesen. Da würde ich mich vor allem für all diejenigen, die das schon mal ausprobiert haben, und das richte sich jetzt halt eher an die Schweizer Zuhörenden, ein Feedback hören oder lesen, wie auch immer ihr das schlussendlich mögt. Auch habe ich im Blog drüben mal erklärt, was dieses Spatial Audio von Apple ist, warum Wireless Charging in Anführungsschlusszeichen so langsam ist und wie du Standortfreigaben und den Datenschutz generell auf dem iPhone auf null zurücksetzen kannst und da neu starten kannst, weil wir haben ja ein neues Jahr. Und ich habe da noch ein paar weitere, also in diesem Blogbeitrag oder der Anleitung ist unten dran, noch ein paar andere Dinge, wie Tastaturwörterbuch zurücksetzen, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, den Homebildschirm zurücksetzen und ganz auch noch, wie man ein iPhone richtig löscht. Denn wenn du auf Weihnachten oder vielleicht ein bisschen später, weil es dieses Jahr teilweise ein bisschen Verzug gab, ein neues Gerät bekommst, solltest du das alte auch richtig löschen. Auch wenn du es nur in der Familie oder in der Verwandtschaft weitergibst, ein solches Telefon sollte richtig gelöscht werden. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Mit der nächsten Episode starten wir dann wieder in aktuelle Daily-Themen. Vielleicht schon das eine oder andere von der CES. Wir werden es sehen. Bis dann, euer Poughkeepsie. Dankeschön, dass ihr mich begleitet hier in diesem kleinen Experiment vom täglichen Podcast. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.